Dies ist der Schuh. Haben die Kinder von heute noch genügend Zeit für Pausen? Aber natürlich. Für was gibt's Disneys große Pause? Denn nur in den Pausen macht das Leben richtig Spaß. Disneys große Pause. Gleich. Ja klar, ganz logisch. Von diesen Hobbys habt ihr bestimmt noch nichts gehört. Hier sind die neuen Folgen von Hobbycheck. Mein Hobby ist eine rollende Angelegenheit. Ich hab ein echt heldenhaftes Hobby. Bei meinem Hobby werde ich ständig beobachtet. Auf der Bühne, im Wasser und in der Luft. Die tollsten und ungewöhnlichsten Hobbys bei Hobbycheck. Demnächst brandneue Folgen im Disney Channel. Und jetzt möchte ich unser King Bob noch etwas sagen. Ich entschuldige mich hiermit für einen unverzeihlichen Fehler, den ich kürzlich gemacht habe. Ich, King Bob, schaffe hiermit die Schokoladensteuer wieder ab. Disneys große Pause. Jetzt. Das eine sage ich dir. Das hier ist mein Team. Also versuch gar nicht, es sich aufzuspielen. Vielleicht sind es nicht ihre Träume. Vielleicht sind es nur deine. Basketball ist wirklich nicht mein Ding. Naja, es ist doch nicht das Ding deiner Schwester. Sie weiß es nur noch nicht. Double Teamed. Ein Traum wird wahr. Montag, 20.15 Uhr. Wir sehen uns beim Disney Channel.